Was ist los? Ich bin am Verzweifeln. Ich wollte meinen Code und App draus machen. Aber ich habe einfach keine Zeit, um mich mit diesen mühsamen Konfigurations herumschlagen. Ich sage noch eins. Diployo, das ist ein App-Engine, der deinen Code in einem Git-Repo in eine lauffähige App verwandelt. Ja schon, aber normalerweise müssen wir alles noch selber konfigurieren. Nicht bei Diployo. Du musst nicht kompilieren, Serverdienste konfigurieren oder sonstige komplizierte Sachen machen. Nein, was läuft denn hier im Hintergrund, dass das so einfach ist? Unter der Haube verwendet Diployo Docker und Kubernetes. Du kannst davon profitieren, ohne dich mit diesen komplizierten Dingen zu beschäftigen. Diployo übernimmt alle Aufgaben und liefert dir ein URL-inklusive SSL-Zertifikat. Und jedes Mal, wenn du Code checkst, baut Diployo deine App neu. Aber wofür? Nur mal meinen Solar-Blog. Wenn ich einen neuen Artikel in Markup schreibe und auf GitHub einchecke, dann klont Diployo wir haben unser Repository, kompiliert und startet den Hugo. Das ist so ein solches Site-Generator. Wenn man die Website aufruft, ändert es den entsprechenden HTML, damit es den Browser anzeigen kann. Super. Dann wäre ja nur noch das Problem mit dem Datenschutz. Nein. Diployo wird vollständig in der Schweiz auf unseren Server betrieben. Da ist nichts mit Cloud bla bla. Von diesem Problem kannst du dir direkt helfen. Es funktioniert alles in einem Self-Service, inklusive allfällig nötigen Datenbanken wie Postgre, SQL, MySQL oder andere Dienste wie z.B. Redis oder OpenSearch. Am besten probierst du es einfach mal aus. Was meinst du? Dann gut. Dann ist aber nur noch eine Frage. Wann räumst du die Chips auf?